oh leute guck gleich mal bitte wie das ganze gegner team heißt wir spielen gerade mit berühmten leuten mit günther lauch mit reiner alter ich darf einen graf, ja mooo peter zwiggert jawoooi ja was bin ich denn ich bin fahrrad ich bin mit einem da hab ich mich hingestellt hier mal hier aber das fällt auf hier mann was soll ich denn mit einem klavier machen wo soll ich denn hin mit dem klavier klavier steht auch draußen ich bin ein fahrrad wiii wiii oh oh nein 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 bitte nicht bitte nicht nein ach ich bin wieder tot man das gibt's doch nicht ich hab so gute verstecke und trotzdem finden die mich er schießt ja doch mich schießt ja doch mich ich möcht das nicht bitte auf bitte komm steig auf komm steig auf komm steig auf komm steig auf Ich gehöre dazu, das ist die Fahrrad-Gang hier. Scheiße. Ey, die sind schon cool. Ey, die machen wirklich ein Selfie. Rainer Kalmuth war aber mein Freund. Der war cool. Der hat mich erschossen. Ne, Rainer? Oder sie lassen es ablaufen, keine Ahnung. Ja. Ach, die machen jetzt bestimmt ein Bild. Sie lassen es aber ablaufen, alles klar. Ehrenmänner, Ehrenmänner. Der gute alte Rainer. Ah, ich hab die höchste Punktzahl an das Spiel, nur weil die mich haben überleben lassen. Weil die gewusst haben, dass du ein Mädchen bist, ein. Warum sagst du das immer? Weil ich ein Mädchen bin. Rainer Kalmuth hätte auch eine Frau sein können. Tag ihn doch. Ey, Rainer. Ja, der gute alte Rainer. Ja, geil. Der johne Rainer. Der zieht sich jetzt mal ein schönes Steak rein, dann Schokoladenkuchen. Nein, nein, nein. Der bestellt kiloweise Nürnberger Bratwurst bei Olli Höhn. Ich hab dem Rainer Kalmuth jetzt eine Freundschaftsanfrage geschickt. Mega Versteck. Ohne Witz. Mega Versteck habe ich hier. Ach, die Scheiße. Müsste eine Telefonzelle? Ja, ja, natürlich. Geil, Bruder. Ich werde sofort auffallen. Sofort, weil ich kein Licht habe. Wo bin ich? Ich hab kein Licht. Die anderen Telefonzellen haben Licht, nur ich nicht. Und der einzige, ich bin der einzige Fernseher, der aus ist. Die Leute laufen vorbei. Ja, ich bin ja ein. Also meine Telefonzellen haben auch alle kein Licht. Die anderen haben Licht, nur meine nicht. Vollbehindert eigentlich gemacht, ne? Theoretisch müsstest du da eigentlich entweder haben, sind alle aus oder alle an. Eigentlich schon. Aber hey, ich hab Glück gehabt, wir haben ja vorbeigelaufen. Ja, bei mir auch. Schon vier Leute. Ich weiß nicht, ob das gut getan ist, aber... Digga, du bist auch unauffällig. Ich? Ein Lach. Oh, guck mal, da läuft irgendwas. Ein Frischgewischschild. Mario, was machst du? Mario, denkst du da einfach komplett durch, wenn sie auf ihn schießen. Hier läuft einfach so ein Frischgewischschild im Kreis und drei hinterher so. Oh Mann, warum bin ich immer der Erste, der erwischt wird, man? Weil du Kackverstecker hast, man. Du weißt ja nicht mal, wie du dich hinstellst, dass du bleibst, so wie du bist. Hey, das ist so ein Christian, kriegst du ein geiles Ding, so wie du... Ja, ich bin einfach mal eine Telefonzelle, Bruder, muss los. Ja, aber guck mal, guck mal, wie akkurat ich die in Reihe aufgestellt habe. Guck dir das an. Die sehen nicht so, als wären die alles so platziert. Digga, du bist doch der King, man. Guck mal, aber das fällt irgendwie voll auf. Ja, draußen habe ich auch in meinen die Ecken vier Stück gestellt und mich dann irgendwo daneben und punkt. Was mir auffällt gerade, die ersten zwei von der Telefonzelle haben Licht, aber der Rest nicht. Äh, Bruder. Ich werde sofort auf, ich werde sofort aufangeboten, weil ich kein Licht aufweiß. Ich habe kein Licht, die anderen Telefonzelle haben Licht, nur ich nicht. Hab ich doch gesagt, mit Urt? Das, die restlichen drei daneben sind Teuchkörper und ich bin der Letzte in der Reihe, weißt du? Ach so, Alter, Ernsthaft, Alter, so Mindblow, Alter, Digga. Oh oh, aber zwei, ich lebe noch einen, ich habe noch einen. Ja, der andere, die Mülltonne, die mit dem Ding in der Mitte, der Spiel alles steht. Die finden ihn einfach nicht. Jetzt haben sie ihn, jetzt haben sie ihn. Ich schaffe den nicht mehr, du fallst nicht mehr. Ja, aber ich brauche noch einen irgendwo. Ja, die laufen. Ja, der findet dich aber nicht. Eigentlich schießen die theoretisch. Oh 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 oh. Nein. Nein. Jetzt musst du. Schuss. Das war so klar, dass sie zuerst die Tölschkörper abschießen. Ey, dieser Typ, ne? Er ist einfach so ein genialer Macker, ey. Unglaublich, ey. Ich bin ein... Kennt ihr diese... Von diesen Mops... Von den Möpsen da? Diese... Wo man die reintut? Was? Und ich weiß, wo man Möpse reintut, aber ich weiß nicht, ob du... Nein! Ich mein diese Waschmöpse, Mann. Und dann, äh, mit diesen... Es wird nicht besser, Mario. Es wird nicht besser. Mann, dieses Teil, Mann, wo man die reinsteckt und dann, äh, wäscht und so. Wo das Wasser drinne ist, Mann. Da ist auch manchmal Milch drin. Ah, Fresse, Mann. Mann, schick dich, Christian. Meinst du ein Mob? Ja, genau! Das mein ich nochmal, Mann. Er meint einfach ein Mob und sagt Möpse. Da war aber nicht Möpse an. Ich kann nicht... Möpse an. Möpse. Wobei die Möpse reint. Was? Mhm. Oh, das ist doch irgendwie gestorben, scheiße. Christian, hey, der hat es fucked, ey. Mario, darf auf erstmal an Energy. Mhm. Oh, wie er das beschreibt! Das wird nun lieben bei Chris, das wird nun lieben. Was, was? Oh, mit was putzen die ihren Posen? Oh, Scheiße. Mit diesen Waschmöpsen! Chris, den Kita hat so ein Fackel. Aber das habe ich auch noch nie gehört, dass jemand Mobs und, ähm, also ein Mob und Möpse verwechselt. What the fuck? Das heißt einfach Mob. Oh, Mann. 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 Das war die beste Beschreibung, die ich jetzt gebracht habe. Das war folgend jetzt dein Leben lang. Was? Was denn? Ja, hallo, du hast Möpse gesagt, Mann. Das heißt Mob. Ist das halt egal, Mann, wie das heißt? Und die Mehrzahl von Mob ist nicht Möpse Mie egal Boah scheiße jetzt ist egal jetzt mehr ey Boah ich kann nicht mehr Das ist ja, whole lot of people got a whole lot of change